Guten Tag, schön euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Sollen wir irgendwo eine Endcard machen, wo wir zu zweit stehen, dass wir beide drin sind? Ja, könnte man machen. Sollen wir dort, wo ich war oder gefällt dir was anderes besser? Nein, ich glaube, das von dir war eh am besten, oder? Ja. Die Kamera kann man mit mittlerer Maustaste drehen, hast du das gewusst? Ah, mhm, mhm, mhm. Man kann leider nicht weit runter zoomen, oder? Ich glaube, meine Mittelmaustaste ist ein bisschen im Arsch, die greift nicht mehr so. So ist gut, da hat ein bisschen Wasserreflexionen drin, sehr geil. Also, warte, aufnehmen sollte vielleicht... Sehr geil. Einfach nur dastehen bringt nichts. Machst du das dann auch mit dem Rauszoomen? Das könnte die Ahnung machen, gell? Haha, episch. Ähm, und die Tiere? Kann man die eigentlich irgendwo hin platzieren? Da! Weg mit euch! Und dann kommt er wieder zurück. Ich will eigentlich, jetzt habe ich noch eine Idee, oder? Hä? Ist das auch noch drauf auf der Endcard? What? Hör auf mit dem Blödsinn! Wart mal! Bitte jetzt Ruhe geben! Ganz kurz! Ganz kurz! Boah, wie geil das im Wasser reflektiert! Mein Gott! Ganz kurz! Dann die Drehung von hinten nach vorne! Sehr geil! Dann da jetzt gute sieben Sekunden stehen! Dein Rabe hat gerade irgendwann geilen Effekt gemacht! Awesome stuff! Und dann rauszoomen! Und eine behinderte Explosion reinmachen! Sehr geil! Sehr geil! Wir wollen uns schon verreden! Kann man das hart eigentlich auch ausblenden? Das wäre nice! Aber du könntest das nämlich noch kleiner machen, weil sonst stört das so mega in der Aufnahme! Ich zoome halt rein! Im Sony Vegas! Dann musst du weniger reinzoomen! Aber man kann es runterskalieren wahrscheinlich! Ja! Diese Profi-Tipps! Warte mal! Dann müssen wir jetzt alles noch einmal machen! Also noch einmal von hinten starten! Stell die hin schön! Sehr gut! Jetzt gewittert es auch bei mir! Bei dir auch? Nein! Echt? Nein, echt nicht! Bei mir regnet es und gewittert es! Dann kommt die Halbdrehung nach vorne! Geil! Und jetzt halt warten! Epischer Shooter! Sechs, sieben, acht! Und rauszoomen! Geil! Einfach geil! Das wird die Endcard, die neue! Schon fertig? Ja! Und den machen wir alle 10 Stufen mit dem neuen Equipment! Haha! 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 Toll, jetzt wo du weggegangen bist, da ist so ein Blutfleck auf dem Steg! Jetzt kann ich es überhaupt vergessen! Platz jeder oder wie? Ich glaube deiner Beschwörung! Ach so! Du platzt! Sehr schön! Sehr schön! Traumhafter Endcard, mit der spiele ich mir jetzt nur ein bisschen! Aber wie geil das aussieht auch, wenn man dann in die andere Richtung auch in den Nebel rausblickt quasi! Ja, das habe ich drin in meiner Endcard! Geil, gell? Wuuuuh! Bin ich schon gespannt! Was du rauszauberst! Eigentlich hätte man noch die Stiefel gebraucht! Ah, die brennenden stimmt für den Effekt! Also am Dienstag dann solltest du es sehen, ja! Gleich die fette Endcard! Mega fett! Wahrscheinlich wieder ein Bild von mir! Nein, nein, das habe ich jetzt alles nicht mehr! Gibt's nicht mehr! Die Endcard! Einfach ein Bild von dir und mir! Ja! Deswegen werden jetzt alle normaler, die restlichen Frauen! Fühl mal so winken! Zu Wiedersehen!